Nachdenkseiten Die kritische Website Faktencheck der Faktenchecker Deutschlandfunk will Wagenknecht widerlegen und scheitert grandios Von Florian Warwick Gleich drei seiner bekanntesten Journalisten setzt der Deutschlandfunk-DLF darauf an, die These der BSW-Vorsitzenden Sarah Wagenknecht zum Krieg in der Ukraine einem Faktencheck zu unterziehen. Doch statt Fakten bringt der DLF vor allem subjektive Wertungen und gewagte Konjunktivkonstruierungen wie etwa, da eine deutsche Regierung wohl niemals einen Krieg beginnen würde? Wenn die Autoren dann doch mal Fakten anführen, lassen sich diese leicht als Falschaussagen überführen, wie etwa die längst widerlegte Mär, das Russland Georgien angegriffen haben soll. Es war, wie eine von der EU eingesetzte Untersuchungskommission zweifelsfrei herausfand, genau umgekehrt. Der Faktencheck zeugt vor allem von einer fehlenden redaktionellen Qualitätskontrolle bei dem beitragsfinanzierten Sender. Sabine Adler, die einstige Russland-Korrespondentin des Deutschlandfunks und jetzige Leiterin des Reporter-Tools für Osteuropa, zusammen mit dem einstigen Washington DC und jetzigen Korrespondenten für Sicherheitspolitik Markus Pindur sowie Florian Kellermann, seines Zeichens neuer Russland-Korrespondent des öffentlich-rechtlichen Senders seit 2021, widmen sich unter dem Titel Faktencheck, was Sarah Wagenknecht zum Krieg in der Ukraine sagt, fünf Aussagen, die die BSW-Vorsitzende zuvor in einem Interview mit dem Deutschlandfunk am 13. August 2024 geäußert hatte. Beim Deutschlandfunk heißt es dazu vielsagend Unser Online-Team hat sich diese und weitere Aussagen aus dem Gespräch angeschaut und eingeordnet. Denn genau das macht dieses Ukraine-Team auch. Es ordnet nach eigenen subjektiven Maßstäben ein, betreibt aber mitnichten einen Faktencheck im engeren Sinne des Wortes Faktum. Aus den Aussagen Wagenknechts formuliert das DLF-Autorenteam mehrere Punkte, die sie als Wagenknechts-Thesen verkauft, unter anderem 1. Der politische Kurs der Bundesregierung erhöht die Kriegsgefahr 2. US-Waffen machen Deutschland zur Ziellinie für Russland 3. Außer Deutschland stationiert niemand in Europa weitreichende Waffen 4. Die Ukraine ist ein militärischer Vorposten der USA These 1 und das argumentative Waterloo der DLF-Redaktion Bereits bei der versuchten Widerlegung der ersten These vergaloppiert sich das DLF-Team komplett im Dschungel alternativer Fakten. Denn im selbsternannten Faktencheck behaupten Adler und Co. folgendes. Russland unter Wladimir Putin hat heiße Kriege immer nur dann begonnen, wenn der angegriffene Staat deutlich schwächer und leicht zu besiegen schien. Beispiele dafür sind die Kriege gegen Georgien 2008 und die Ukraine ab 2014. Zitat Ende Diese Darstellung eines russischen Angriffskrieges gegen Georgien ist nachweislich falsch. Es war die EU höchstpersönlich, die 2008 eine Untersuchungskommission einsetzte, die zur Aufgabe hatte festzustellen, wer die damalige kriegerische Auseinandersetzung begonnen hatte. Die Untersuchungskommission kommt in ihrem Gutachten, welches im September 2009 veröffentlicht wurde, zu einem eindeutigen Schluss. Georgien hat Krieg mit Russland begonnen. Die Leiterin der von der EU eingesetzten Untersuchungskommission, die Schweizer Diplomatin Heidi Takdiavini, erklärte damals, Georgiens Angriff auf die nach Unabhängigkeit strebende Region Süd-Ossetien habe den Beginn des militärischen Konflikts markiert, die russische Reaktion zur Verteidigung sei völkerrechtskonform erfolgt. Dass die Crème de la Crème der Russland-Berichterstattung des DLF diesen Sachverhalt nicht kennt und die Fake News von Russland als Angreifer dann ausgerechnet in einem Faktencheck hinaus posaunt, lässt einen Fragen zurück. Steht es wirklich so schlecht um die Allgemeinbildung bei führenden Korrespondenten des Deutschlandfunks oder wird hier um die Beibehaltung des Narrativwillen bewusst die Unwahrheit verkündet? So oder so, mit dem Staatsvertrag lässt sich dieses Vorgehen nicht vereinbaren. Auch die Nennung der Ukraine als Beispiel für einen heißen Angriffskrieg Russlands ab 2014 ist in dieser absoluten Wortwahl kaum haltbar. In einem Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages von 2019 unter dem Titel Intervention in Bürgerkriegsgebieten zur Rolle Russlands im Ost-Ukraine-Konflikt heißt es unter anderem, dass der Konflikt als interner Territorialkonflikt bewertet wird, dass es über Umfang, Qualität und Ausmaß der militärischen Involvierung Russlands im Ukraine-Konflikt wenig belastbare Fakten gäbe und dass auch der Bundesregierung nach eigenen Angaben offenbar keine belastbaren Erkenntnisse vorlägen. Auseinandersetzung mit These 2 Unfreiwilliger Slapstick statt Faktencheck Und es wird noch wilder bzw. wirrer. Adler und Co. widmen sich dann ausführlich der zweiten These Wagenknechts, die im DLF-Wording lautet US-Waffen machen Deutschland zur Ziellinie für Russland. Die Argumentation der selbsternannten DLF-Faktenchecker erreicht nun wirklich unfreiwilligen Slapstick-Charakter. Zunächst fällt die gewagte Konjunktivkonstruktion wohl niemals beginnen würde ins Auge. Zitat Die Behauptung, dass die Bundesrepublik Deutschland angeblich niemals einen Angriffskrieg beginnen würde, lässt sich schon mit Verweis auf die Beteiligung deutscher Soldaten an dem völkerrechtswidrigen NATO-Angriffskrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien im Rahmen der Operation Allied Force vom 24. März bis 10. Juni 1999 widerlegen. Bei dem Bundeswehreinsatz gegen Jugoslawien flogen Luftwaffenpiloten über 400 Kampfeinsätze und feuerten dabei über 200 Raketen des Typs AGM-88 Harm auf jugoslawisches Gebiet ab. Weder die UN-Charta noch der NATO-Vertrag, der seine Mitglieder ausdrücklich zur Beachtung der UN-Charta und auf das geltende Völkerrecht verpflichtet, legitimierten einen solchen völkerrechtswidrigen Angriff. Im Rückblick erklärt selbst Altbundeskanzler Gerhard Schröder, dass der Bundeswehreinsatz gegen Jugoslawien völkerrechtswidrig war. Bei einem Gespräch im Rahmen der sogenannten Zeit-Martiné hatte er am 9. März 2014 erklärt, ich habe gegen das Völkerrecht verstoßen. Wir haben unsere Tornados nach Serbien geschickt und die haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt, ohne dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Zitat Ende. Doch von Deutschland mal ganz abgesehen, die Darlegung, Waffen, die in Deutschland stationiert sind, sind grundsätzlich für den Verteidigungsfall gedacht, ist noch viel unhaltbarer, wenn man bedenkt, dass es sich ja hier nicht um deutsche, sondern um US-Langstreckenwaffen handelt, die gegen Russland in Position gebracht werden sollen. Und mit der Behauptung, die USA würde die auf ihren Stützpunkten in Deutschland stationierten Waffensysteme grundsätzlich nur für den Verteidigungsfall einsetzen, verlässt die DLF-Redaktion endgültig den Rahmen einer ernsthaften Auseinandersetzung. Auch eine Sabine Adler oder ein Markus Pindur werden mit Sicherheit wissen, dass kein US-Angriffskrieg der letzten Jahrzehnte, sei es gegen den Irak, Afghanistan oder Libyen, ohne Beteiligung von US-Waffensystemen ausgekommen ist, die auf US-Basen in Deutschland wie dem Hauptquartier der US-Luftwaffe in Europa Rammstein oder dem Hauptquartier der US-Gesamtstreitkräfte für den Aufgabenbereich Afrika, AFRICOM, in Stuttgart-Möhringen stationiert waren und sind. Das heißt, es sind ausschließlich die USA, die entscheiden werden, ob von deutschem Boden Mittelstreckenraketen auf strategische Ziele im russischen Kernland abgefeuert werden. Dieser Tatbestand führt die ganze angeführte Argumentation des DLF-Teams noch mehr ad absurdum. Weiter heißt es dann im Faktencheck. Frau Wagenknecht unterschlägt allerdings, dass dadurch noch stärker die Länder zwischen Russland und Deutschland gefährdet sind, darunter Polen und die baltischen Staaten. Putin bedroht sie mit seinem Verweis auf die Geschichte und die Erinnerung an die teilweise Zugehörigkeit zum russischen Reich. Die Stationierung von US-amerikanischen Tomahawk-Marschflughörtern soll ein Gegengewicht zu den russischen Raketen schaffen. Führende Militärexperten sagen, dass es dieses bisher nicht gibt. Zitat Ende. Jetzt wird es wirklich dumm, Es ist mitnichten Wagenknecht, sondern das DLF-Autorenteam, das hier mutmaßlich bewusst unterschlägt. Denn die BSW-Vorsitzende verweist in ihrem Deutschlandfunk-Interview, auf dessen Aussagen der Faktencheck ja ausschließlich Bezug nimmt, auf eine Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung vom Juli 2024 mit dem Titel Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Konzeptioneller Hintergrund und Folgen für die europäische Sicherheit. In dieser Studie kommt der Autor Oberst Adi Wolfgang Richter zu dem Schluss, Die absehbare Eskalation der Spannungen mit Russland wird die Sicherheitslage Deutschlands verändern und das atomare Risiko für Deutschland im Konfliktfall gravierend erhöhen. Zitat Ende. Die DLF-Faktenchecker unterschlagen komplett die Quelle, auf die sich Wagenknecht in ihren Ausführungen zur Gefährdung Deutschlands durch die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen bezieht. Einen renommierten SPD-nahen Militärexperten in einer der zentralen Denkfabriken der Sozialdemokratischen Regierungspartei. Auch der Schlusssatz zu diesem Teil des Faktenchecks zeigt das Ausmaß der Defizite des Machwerks auf. Führende Militärexperten sagen, dass es dieses bisher nicht gibt. Nicht ein einziger Name dieser führenden Militärexperten wird konkretisiert. Dass dem so ist, soll der geneigte DLF-Leser einfach glauben. Es ist Wagenknecht, die mit Verweis auf konkrete Analysen und konkrete Namen von Militärexperten argumentiert. Während die DLF-Autoren dem Publikum die vom Wagenknecht im Interview genannten Quellen- und Militärexperten verschweigen und dann noch die Hupze haben, mit Verweis auf nicht genannte Militärexperten die Ausführungen widerlegen zu wollen. Viel manipulativer geht es wohl kaum. These 3 Der Faktencheck zur dritten These der BSW-Vorsitzenden krankt erneut unter anderem daran, dass der mit konkreten Analysen und der namentlichen Nennung von Militärexperten unterlegten Argumentation von Wagenknecht das DLF-Team einfach nur Phrasen ohne jede Untermauerung mit konkreten Quellen und Namen entgegenhält. Deren Bewertung beginnt mit dem Satz Europa hat hier, wie in der Debatte immer wieder bemerkt wird, eine Lücke. Zunächst fällt an diesem Satz auf, dass hier in üblicher westlicher Arroganz Europa generalisierend mit der EU gleichgesetzt und gegen Russland in Position gebracht wird. Ein Land, das wohlgemerkt rund 40% der gesamten europäischen Landfläche ausmacht und mit Moskau auch die mit Abstand bevölkerungsreichste Stadt des Kontinents stellt. Man kann ebenso bezweifeln, dass europäische Länder wie die Schweiz, Belarus oder Serbien in dem angeblichen Fehlen von atomaren Mittelstreckenraketen tatsächlich eine Lücke wahrnehmen. Zudem tun die DLF-Autoren so, als würde die Debatte nur in diese eine Richtung geführt. Dem ist mitnichten so. In dem Interview mit DLF verwies Sarah Wagenknecht in diesem Zusammenhang erneut auf die Ausführungen in der FES-Studie. Deren Autor, der bereits erwähnte Oberstrichter, stellt genau diese Einschätzung in Frage und argumentiert wie folgt. Die Annahme, dass trotz der vielfältigen Luft- und sehgestützten Fähigkeiten der NATO eine Fähigkeitslücke bei landgestützten Mittelstreckenraketen besteht, überzeugt nicht. Auch bisher war es möglich, wichtige operative Ziele in Russland durch verbundene Luftangriffsoperationen abzudecken. Andernfalls wäre die Beschaffung von F-35-Steelsbomben auch für die Bundeswehr und das Konzept der nuklearen Teilhabe operativ nutzlos und strategisch unlaubwürdig. Zitat Ende. Nichts davon findet sich in dem Faktencheck des DLF. Man vertraut wohl darauf, dass die Leser sich auf den Faktencheck begrenzen und sich nicht mit dem Wagenknecht-Interview selbst beschäftigen, in welchem die BSW-Politikerin weit umfassender argumentiert, als es Adler und Co. durch die Zuspitzung auf die angeblichen Wagenknecht-Thesen erscheinen lassen. DLF-Faktencheck zu These 4 Die Faktenchecker des DLF erklären die folgenden Aussagen von Sarah Wagenknecht im DLF-Interview generalisierend als Stimmen so allesamt nicht und absurd. Zitat Die Ukraine war die am meisten hochgerüstete Ex-Sowjet-Republik von allen. Die Ukraine wurde ja von den USA zu ihren militärischen Vorposten gemacht. Das gehört zur Geschichte des Krieges. In den letzten Jahren ist die Ukraine massiv hochgerüstet worden. Es sind auch US-Soldaten dort schon stationiert gewesen, insgesamt 4000 NATO-Soldaten. Es gab zwölf Militärbasen der CIA. Die USA werden sehr tätig in der Ukraine. Zitat Ende. Dass die Ukraine, allein schon bedingt durch ihre Bevölkerungsgröße, Landfläche und strategische Lage im Verhältnis zu allen anderen ehemaligen Sowjet-Republiken, über das mit Abstand größte Waffenarsenal verfügte, ist durch zahlreiche Studien und Analysen belegt. Keine andere ehemalige Sowjetrepublik verfügt oder verfügte über ein auch nur im Ansatz vergleichbares Arsenal an Artillerie, Panzern, Kampfflugzeugen, Drohnen etc. Das zu leugnen, stimmt nicht und dies zudem in der üblichen DLF-Form, ohne auch nur eine einzige weitere verifizierbare Quelle für diese Einschätzung anzuführen, fällt wie so vieles in diesem Faktencheck direkt auf die Autoren zurück und untergräbt deren Glaubwürdigkeit und Reputation noch weiter. Vielsagend auch die Art und Weise, wie versucht wird, die Aussagen von Wagenknecht, es seien US und Soldaten aus weiteren NATO-Ländern in der Ukraine stationiert gewesen, insgesamt 4000 NATO-Soldaten als falsch darzustellen. Dazu greift das DLF-Team zu folgendem, nicht sehr überzeugenden, argumentativem Trick. In der Ukraine waren nie NATO-Soldaten stationiert. Jene waren ab 2015 lediglich dort, um ukrainische Soldaten auszubilden. Die Ukraine gestattete dafür den Aufenthalt von bis zu 4000 Soldaten aus NATO-Ländern. Zitat Ende. Sabine Adler und Co. räumen also zunächst ein, dass seit 2015 durchaus US und weitere NATO-Soldaten in der Ukraine über längere Zeiträume präsent waren. Erklären dann aber, diese seien dort aber nicht stationiert gewesen, da es sich nur um Ausbildungsmissionen gehandelt hätte. Diese Argumentation ist, um im Sprachgebrauch der DLF-Faktenchecker zu bleiben, absurd. Natürlich gilt eine Gruppe von US- oder britischen Soldaten, die einen Zeitraum von mehreren Monaten zum Beispiel in Odessa verweilen, um dort ukrainische Kampfschwimmer auszubilden, als stationiert im Sinne der allgemeinen militärischen Definition des Begriffs. Soldaten an einen bestimmten Ort bringen, ihn für einen Ort bestimmen, an dem er sich eine Zeit lang aufhalten soll. Das DLF-Team würde mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht argumentieren, dass deutsche Bundeswehrsoldaten, die nach Afghanistan geschickt worden waren, um dort Mitglieder der afghanischen Armee an der Waffe auszubilden, nicht als in Afghanistan stationiert galten, da sie ja dort nur an einer Ausbildungsmission teilgenommen hätten. Die Faktenchecker unterschlagen auch komplett die Tatsache, dass USA und NATO regelmäßig Manöver in der Ukraine mit schwerem Militärgerät abhielten. Tragisch-komisch wird es dann bei dem Versuch des Deutschlandfunks die Aussage der BSW-Vorsitzenden zu explizit gegen Russland gerichtete CIA-Aktivitäten in der Ukraine mit folgenden Ausführungen als stimmt so nicht und absurd darzustellen. Es gab in der Ukraine auch nie CIA-Basen. Was es gab, waren zwölf Spionageeinrichtungen an der ukrainischen Grenze zu Russland, die das CIA für die Ukraine gebaut hat. Zitat Ende. Och, diese selbstlosen Jungs und Mädels von der CIA, die lassen ein Dutzend Spionageeinrichtungen an der ukrainischen Grenze zu Russland erstellen und dauerhaft finanzieren, nutzen diese dann aber gar nicht. Selbst beim explizit transatlantisch ausgerichteten Tagesspiegel liest sich das anders. Dort wird, unter Bezugnahme auf einen New York Times-Artikel mit dem Titel Der Spionagekrieg, wie die CIA heimlich der Ukraine im Kampf gegen Putin hilft, in dem detailliert ausgeführt wird, wie die enge Zusammenarbeit der Ukraine mit der CIA Ende Februar 2014 begann, also nach dem Maidanputsch, unter anderem dargelegt, wie mittels der von der CIA gebauten Basen und der Ausbildung ukrainischer Spione russische Drohnen und Kommunikationsgeräte für CIA-Techniker erbeutet wurden, die damit erstmals Moskaus Verschlüsselungssysteme knacken konnten. Ebenso wird erwähnt, wie die Ukraine im Zuge der Zusammenarbeit ab 2015 der CIA geheime Akten übergab. Zitat Darunter Geheimnisse über die Nordflotte der russischen Marine und Informationen über neueste russische Atom-Ubo-Technik. Zitat Ende So viel zu dem Versuch der DLF-Schreiberlinge so zu tun, als stellten die CIA-Aktivitäten in der Ukraine keine Gefährdung russischer Sicherheitsinteressen dar und als würden die von der CIA erbauten und finanzierten zwölf Spionagezentren an der ukrainisch-russischen Grenze nicht auch von der CIA genutzt werden. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich die US-Reaktion auf entsprechende Maßnahmen russische Auslandsgeheimdienste an der mexikanisch-US-amerikanischen Grenze vorzustellen. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die DLF-Autoren grundlegendste Regeln für Faktenchecks missachten. In dem gesamten Faktencheck wird nicht eine einzige Quelle angegeben. Man genügt sich in ÖRR-Selbstherrlichkeit selbst. Das Vorgehen ist mit Arroganz der Macht noch freundlich umschrieben. Ebenso werden in mutmaßlich bewusster Absicht dem Leser des Faktenchecks ausnahmslos alle von Sarah Wagenknecht angeführten Quellen Studienexperten verschwiegen, die diese ganz im Gegensatz zum DLF transparent und nachprüfbar im Interview mit dem DLF angeführt hatte. Dazu kommt, dass die DLF-Autoren ausgerechnet in einem als Faktencheck gekennzeichneten Beitrag selbst nachweisliche Fake News verbreiten. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich die DLF-Redaktion im Sinne der Bewahrung von Ruf und journalistischer Integrität ein Beispiel an dem Faktencheckportal Mimika nimmt, welches sich nach einem ebenfalls von massiven Fehlern und Falschbericht erstattung geprägten Faktencheck zu Äußerungen von Sarah Wagenknecht zu einer umfassenden redaktionellen Richtigstellung und Entschuldigung entschlossen hatte. Wir dokumentieren abschließend die Richtigstellung von Mimika im Wortlaut. Redaktionelle Richtigstellung In unserem Beitrag, das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW und die Verbreitung Vom 30.07.2024 sind uns leider einige Fehler unterlaufen, die wir hiermit transparent korrigieren wollen. Wir hatten behauptet, dass das BSW gezielt pro-russische Desinformation verbreite. Diesen Vorwurf nehmen wir hiermit zurück. Erstens. Wir hatten geschrieben, Sarah Wagenknecht habe bei Maybrit Illner behauptet, dass das Kiewer Krankenhaus auch Madit mutmaßlich von einer ukrainischen Flugabwehrrakete getroffen wurde, obwohl Untersuchungen belegt hätten, dass das Krankenhaus von einer russischen Rakete des Typs KH101 getroffen sei. Tatsächlich hatte jedoch Frau Wagenknecht lediglich darauf hingewiesen, dass nur bekannt sei, dass das Krankenhaus von Raketenteilen getroffen wurde, nicht aber von welchen. Eine unabhängige Untersuchung, die eine der beiden Seiten stützte, gab es nicht. Zweitens. Wir hatten zudem geschrieben, dass Frau Wagenknecht irrtümlich die deutschen Rüstungsausgaben mit 90 Milliarden Euro angegeben hatte. Die Zahl entspricht jedoch der offiziellen Meldung der deutschen Bundesregierung über die Verteidigungsausgaben an die NATO vom Juni 2024. Drittens. Wir hatten dem BSW vorgeworfen, seine Position mit aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten zu untermauern. So hatte Sarah Wagenknecht behauptet, der Westen habe die Friedensverhandlungen im Frühjahr 2022 torpediert und sich dabei auf Aussagen von Naftali Bennett und David Aracham berufen. Tatsächlich allerdings stützen die angeführten Quälen die Position, dass der Westen die Friedensverhandlungen im Frühjahr 2022 torpediert hat. Viertens. Wir hatten geschrieben, BSW-Mitglieder verbreiten auch die von Russland in Umlauf gebrachte Falschbehauptung, Frankreich habe Truppen in die Ukraine geschickt. Tatsächlich hatte nur ein einziges Mitglied dieses Gerücht für kurze Zeit auf Ex verbreitet, ohne für die Partei BSW zu sprechen. Anhaltspunkte, dass es gezielt Falschinformationen verbreitet hätte, gibt es nicht. Wir bedauern, hier vorschnell geurteilt zu haben und entschuldigen uns bei Sarah Wagenknecht und dem BSW. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.